So, seitdem es GA4 gibt, werde ich eine Sache immer und immer wieder gefragt und zwar, wie kann ich bei Analytics 4 User ausschließen, also Mitarbeiter vor allen Dingen. Und das werden wir heute zusammen machen über ein Cookie und dieses Cookie wird gesetzt, wenn jemand hier zum Beispiel auf internal-traffic geht. Kannst du dir aber selber aussuchen bei deiner Website. Wenn ich da draufgehe, wird hier ein Cookie gesetzt. Siehst du, guck mal, wenn ich das lösche und ich gehe auf diese Unterseite hier, dann wird ein Cookie gesetzt. Wenn dieses Cookie gesetzt wird, dann fragen wir das mit einer Suchtabelle im Tag Manager ab. Also dann gucken wir, ist das jetzt interner Traffic oder nicht und wir werden dann in unserem Datenstream so definieren, dass es dann erst interner Traffic ist, also der Traffic Type Internal, wenn sozusagen dieses Cookie gesetzt ist. Und vor allen Dingen, das ist nämlich eine Sache, die wollen wir bei GA4 auf jeden Fall fixen, machen wir das so, dass es nur intern ist, wenn ich nicht Entwickler bin. Also wenn ich Entwickler bin, dann soll das bitte nicht so vonstatten gehen, weil wenn ich interner Traffic bin, werde ich nicht hier in dieser Entwicklerleiste unter DebugView angezeigt. Also in diesem DebugView sehe ich dann keine Daten. Das heißt, als Entwickler möchte ich dort gesehen werden, selbst wenn ich interner Traffic bin. Ja, und wenn ich aber einfach interner Traffic bin, das ist das zweite Achievement sozusagen, dann will ich nicht in den Berichten angezeigt werden. Als allerwichtigstes von Anfang an ist, dass du dafür hier unter Dateneinstellungen Datenfilter zwei Filter aktivierst. Die kannst du natürlich erstellen, aber das hier sind zwei Standardfilter, die sollten beide aktiv sein. Einmal interne Zugriffe von Mitarbeitern. Das sieht dann so aus, dass hier steht Traffic Type Internal, das musst du so eintragen. Filtervorgang. Filtervorgang ist natürlich ausschließend und der ist dann auf aktiv gesetzt. Hier auf Test und so weiter, da gehe ich in einem anderen Video drauf ein, auf WebsitePiloten.de in unserem Analytics 4 Kurs. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, also das muss aktiv sein. Und dann kommt das nicht in einer explorativen Datenanalyse und auch nicht in den Berichten vor, dass dort diese Daten von den internen Zugriffen sind. Also von Mitarbeitern sozusagen, die dieses Cookie sich setzen. Und dann haben wir hier Entwickler aktiv. Das hört allerdings eigentlich auf einen anderen Parameter, das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Wenn der auf aktiv ist, dann ist es eben so, dass dieser Debug Mode aktiv ist. Und wir wollen einfach nur vermeiden, dass wenn ich im Debug Mode bin, dass dann dieser interne Traffic Type, dass der hier überhaupt gesetzt wird. Also das ist so das Wichtigste, was wir heute versuchen. Also wir wollen uns selber filtern und was du machen musst nach diesem Video ist erstmal ganz wichtig am Ende, wenn wir heute fertig sind, wenn du noch nicht so oft mit einem Tag Manager gearbeitet hast, da brauchst du natürlich ein Konto. Schau dir unsere ganzen Videos hier an, auf beispielsweise unserer Plattform hier. Die Google Tag Manager Videos, da haben wir System Videos, wir haben im Google Analytics 4, haben wir ganz viele Videos zum Tag Manager. Aber ich hoffe, du kannst damit jetzt schon umgehen. Und dann ist das Wichtige, dass du ein bisschen mit dieser Vorschau hier umgehen kannst. Da habe ich auch auf YouTube kostenlose Videos, wie du dir anschauen kannst, wie man die Vorschau gut bedient. Da gehe ich von aus, dass du das kannst. Und am Ende des Videos gehst du hier auf Senden und Veröffentlichen. Ansonsten ist das Ganze nur für dich sichtbar. Also das schon mal hier von Anfang an, größte Fehlerquelle, dass das hier einfach vergessen wird zu veröffentlichen. Jetzt geht's los, wenn dir der Content hier hilft, dann lass auf jeden Fall unten ein Abo da, wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest zum Thema Suchnetzwerk, Anzeigen, Erstellen, Shoppinganzeigen oder eben Google Analytics 4 Videos. Außerdem freue ich mich mega, wenn du mir ein Like gibst. Das Video hier war extrem viel Arbeit. Und natürlich ein Kommentar, wenn du eine Frage hast, irgendwas ergänzen willst, irgendwie anderer Meinung bist und sagst, der Weg hier funktioniert so nicht, wie ich das hier zeige. Lass mir egal, was für ein Kommentar da. Ich freue mich immer, auch wenn du mir keins da lässt. Aber es wäre schon geil, wenn du mir eins da lässt. Okay, und jetzt geht's los. So, also als allererstes setzen wir ein Cookie. Und das könntest du mit deiner Website machen. Du kannst dich auf deiner Website anmelden, ob das jetzt WordPress-Shopware oder Shopify ist. Und wenn du ein Entwickler, eine Entwicklerin bist, dann kannst du natürlich ein Cookie setzen, wenn ein Benutzer auf eine bestimmte Seite kommt, wie zum Beispiel Slash und dann Fragezeichen Traffic-Type-Internal zum Beispiel. Hier kann ich direkt schon mal sagen, das werden wir so nicht testen, weil man kann die Vorschau sehr schlecht mit Query-Parametern momentan benutzen. Ich hoffe, Google klärt das noch. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Da will ich jetzt kein Video drüber machen. Deswegen nehme ich jetzt diesmal einfach eine Seite, die hier nicht existiert, wie zum Beispiel Traffic-Type-Internal. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel, damit man dann hier nicht auf so einer Seite ist, Seite nicht gefunden, die zum Beispiel hier im WordPress als Seite anlegen. Das wäre natürlich relativ smart, dass ich einfach sage, ja, Seiten. Und hier gehe ich auf Erstellen. Und das geht im Prinzip ja so bei jedem System. Du stellst einfach sicher, dass es eine bestimmte Seite gibt. Man könnte jetzt hier Mitarbeiter als URL wählen. Davon rate ich aber ab, weil das ist eine zu einfache Adresse, da kann ich nicht gut filtern. Das bedeutet, ich würde hier im WordPress zumindest versuchen, gehen wir mal hier raus, diese URL zu bearbeiten. Dafür muss ich einfach hier auf URL klicken. Zack. Und jetzt gebe ich mal hier ein Internal-Traffic. Einfach Internal-Traffic. Zack. Das gibt es wahrscheinlich nicht so oft hier auf dieser Seite. So, und ich könnte jetzt sagen, du bist jetzt für GA4 ein Mitarbeiter. Einfachste Seite auf dieser Welt. Und jetzt könnte ich hier ein Skript auch versuchen einzufügen. Irgendwie kann man ja Code, individuelles HTML hier einfügen. Und hier, wenn es klappt, würde ich sozusagen ein Skript reintun. Das, wo habe ich das her? Von ChatGPT. Jetzt müsste ich gucken, dass das hier überhaupt feuert, dieses Skript. Dafür kann ich jetzt nicht garantieren. Es kommt je nachdem, welches System du hast. Je nachdem, welcher Editor kommt das drauf an. Deswegen lasse ich das einfach mal weg. Und dieses Skript injiziere ich auf diese Seite durch eine andere Methode, die du mit jedem System durchführen kannst. Also, ich gehe dafür hier rüber in den Tag Manager. Den musst du natürlich eingerichtet haben. Wir haben dazu viele Video-Tutorials auf Website-Piloten.de. Und wir haben dazu viele YouTube-Videos. Dann gehe ich hier auf Neu. Und dann hier HTML-Cookie setzen für Internal-Traffic. Dann gehe ich auf Tag konfigurieren. Wähle hier unten Benutzerdefiniertes HTML. Und jetzt kommt hier dieser Code rein. Wie gesagt, den habe ich mir generieren lassen von ChatGPT. Wir wollen ja mit der Zeit gehen, ne? So, dann sage ich hier unten Trigger. Und hier gehe ich auf Plus. Und jetzt brauche ich einen Trigger, der relativ spät feuert, wenn das Document-Object-Model schon da ist. Also, wenn die Website schon existiert. Und das ist DOM.ready oder DOM geladen. Und das nenne ich jetzt Cookie setzen auf Internal-Traffic. Dann gehe ich hier auf Trigger-Konfiguration. So, und hier wähle ich jetzt DOM ist bereit. Also DOM ready, einige Ereignisse. Und hier wähle ich jetzt Page Path. Oder Page URL geht auch. Und dann wähle ich hier Internal-Traffic. Und wenn du hier links dieses Page URL nicht findest, zeige ich dir gleich in 10 Sekunden, wie du dir das freischalten kannst in den Variablen. Ich gehe dann hier auf Speichern. Und hier drüben bin ich auch fertig. Hier gehe ich auch auf Speichern. Wenn du diese Variable noch nicht hast, dann gehst du auf Variablen. Und hier bei Konfigurieren, hier kannst du dir Systemvariablen wie zum Beispiel Page Path freischalten. Sobald das der Fall ist, musst du vielleicht den Tag Manager hier nochmal neu laden. Dann kannst du genau das gleiche machen, was ich gerade gemacht habe. Also, eventuell einfach den Tag erstellen. Ohne Trigger. Das geht übrigens. Man kann Tags erstellen ohne Trigger und einfach sagen, hier Tags speichern. Dann hat das jetzt keinen Trigger. Okay, der meckert hier noch rum. Aber man kann ihn erstmal ohne Trigger erstellen. Oder man sagt einfach auf allen Seiten feuern, obwohl das gefährlich ist. Und man darf dann natürlich nicht vergessen zu sagen, später, wenn man die Page URL als Variable hinzugefügt hat, als Internation, dass man dann diesen Trigger noch aktualisiert. Und dann hier über Trigger zum Beispiel da drauf geht. Oder hier über Tags. Hier hat man sie ja auch immer sehr schön. Cookie setzen. Wo haben wir es? Hier Dom Ready Cookie setzen. Hier kann ich draufgehen auf den Trigger und ihn dann hier auch noch bearbeiten. Also diese Bedingungen, falls das gleich nicht klappt. Jetzt testen wir das Ganze aber erstmal. Kleine Notiz. Ganz am Ende dieses Videos bitte hier auf Senden gehen und Veröffentlichen. Ansonsten werden deine Änderungen hier nicht öffentlich gemacht, sondern gelten nur für dich. Dann gehe ich hier auf Infoschau ansehen und habe jetzt hier diese Seite. Und als allererstes gehe ich einfach mal auf eine Mitarbeiterseite. Zack, gehen wir da drauf. Und jetzt gibt es die Seite nicht. Und genau deswegen wollte ich nicht, dass die Mitarbeiter heißt. Sondern, und jetzt wird es interessant, weil ich habe hier oben diesen GTM. Der muss drin bleiben, damit hier weiter debuggt wird. Ich setze hier mal ein Internal-Traffic. Zack, so, jetzt gucken wir mal, dass diese Seite existiert. Die habe ich ja eben angelegt. So, die ist jetzt noch hier komplett leer. Das heißt, die Überschrift wird leider noch nicht hier in meinem Text angezeigt. Als HTML ist das natürlich dämlich. Deswegen gehen wir mal hier auf Entfernen. Tschüss, weg. Na, machen wir hier Titel. Titel oder Überschrift. Zack, ist jetzt der Vorführeffekt hier. Ich gehe auf Aktualisieren. Und jetzt steht hier hoffentlich dieser Text. Genau, zack. So, jetzt müssen wir aber auch noch testen, dass das funktioniert. Ich sehe hier, dass der Debugger gerade noch nicht ganz funktioniert. Ja, das ist momentan echt so ein kleines Problemchen, dass dann hier die Vorschau weggeht. Das heißt, wenn ich auf eine bestimmte URL will, muss ich erst mal das hier über das X schließen. Wenn irgendwer eine andere Lösung hat, bitte hier drunter kommentieren. Und dann gehe ich hier zum Beispiel auf Add Domain. Und gebe mal die, die ich testen will, hier drüben ein. Jetzt ist es falsch hier eingegeben. Aber jetzt gebe ich das ein. Und komme damit direkt auf die Seite. Und debugge diese Seite auch. Siehst du, jetzt funktioniert das. Jetzt bleibt endlich dieses Fenster hier da. Wenn ich eine Lösung dafür habe, dass ich das hier oben ändere, dann werde ich das hier unter das Video kopieren. Oder wenn irgendwer von euch eine Lösung hat, bitte gerne einfach drunter kopieren. So, jetzt ist das Ding, dass wenn ich auf diese Seite hier gehe, dann kann ich jetzt testen, ob das Cookie gesetzt wurde, über Untersuchen. Und dann gehe ich hier auf App. Und hier unter Cookies, wenn ich hier intern eingebe, dann sehe ich, dass das jetzt da ist. Wenn ich die Seite hier neu lade, müsste er das Cookie wieder setzen. Hoffentlich. Also immer dann feuert das und setzt das wieder. Wenn ich aber jetzt das lösche und ich gehe auf eine andere Seite als Internal Traffic, dann wird es nicht gesetzt. Super geil, oder? Wenn ich jetzt hier wieder hinschreibe Internal minus Traffic, dann geht wieder hier der Modus wahrscheinlich jetzt kaputt. Zack. Aber, ja genau, es wird auch nicht gesetzt, denn ich habe das hier noch nicht veröffentlicht. Wenn ich jetzt auf Senden gehe, kann ich das auch ohne Vorschau testen. Das heißt, jetzt sende ich das. Das Warten hat jetzt ein Ende. Wenn ich jetzt hier rübergehe, müsste die neue GTM-Version aktiv sein. Das heißt, ich gehe mal hin und her. Das kann jetzt noch ein bisschen was mit dem Cache hier zu tun haben. So, entweder es hat ein bisschen gedauert, oder ich bin jetzt einfach mal hier auch auf Netzwerk gegangen, habe hier Cache deaktivieren geklickt, bin hier auf Neuladen gegangen. Dann gehe ich wieder auf App und dann ist es hier da. Also, Sie können es nochmal ausprobieren. Ich gehe auf eine andere Seite. Der Cookie bleibt da. Das ist ja auch das Cookie. Das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Also, mit Backspace kann ich den immer rauslöschen. Sinn der Sache ist natürlich auch, dass der wirklich nur auf dieser Mitarbeiterseite, die du jetzt Mitarbeitern geben kannst, gesetzt wird. Wenn ich wieder draufgehe, wird er gesetzt. Und er bleibt für 365 Tage, müssen das sein, hier bei Expiry Time, bleibt der bestehen. Also, das ist jetzt in einem Jahr. Warum bleibt der so lange bestehen? Das ist hier festgelegt. Wenn ich hier in das Tag Manager Konto gehe, unter den Arbeitsbereich. Jetzt habe ich mich ein bisschen so hin und her geklickt. Aber wenn ich hier auf das Tag gehe und dann dieses Cookie Tag suche, dann sehe ich hier, dass hier diese Expiry Time gesetzt ist. Das wird hier extra multipliziert. Das sind Sekunden mal tausend. Genau. Wie gesagt, ChatGPT hat mir das so gebaut. Ganz kurzer Panscheln und Werbung. Dieses Video hier war mächtig viel Arbeit. Hat mich mehrere Tage gekostet. Wir haben immer wieder Fragen zu diesem Thema. Ich habe einige Fragen gesammelt und versuche, die Antworten hier ins Video einzubauen. Unter WebsitePiloten.de findest du unseren riesen, fetten Analytics 4 Komplettkurs. Komplettkurs, du findest Tag Manager Kurse und du findest hier auch Google Shopping Kurse. Also alles dabei. Auch ein Suchnetzwerk Kurs von 2023. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst und sagst, ey, hat mir geholfen, Malte, dann sei mal einen Monat hier mit dabei oder hol dir einen Einzelkurs auf WebsitePiloten.de und dann hier auf Premium. Wir haben ja übrigens auch einen wöchentlichen Livestream oder sogar zwei momentan, wo du deine Fragen montags und donnerstags morgens in einem Livestream stellen kannst. Die werden dann im Chat beantwortet oder eben natürlich auch, wenn du dich mit Kamera und Video dazuschaltest, mit Kamera und Audio meine ich, dann kannst du deine Fragen dort stellen. Es ist immer eine mega geile Stimmung. Also sei mal dabei. Jetzt geht es weiter mit diesem Video. Du siehst, es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ich müsste das hier löschen, wird aber nur gesetzt, wenn ich eben auf diese Mitarbeiterseite gehe. Das heißt, hiermit lässt sich jetzt arbeiten und dieses Cookie lässt sich abrufen. Und das ist jetzt auch der nächste Schritt. Das machen wir jetzt. Also, dieses Cookie, wie können wir das abrufen im Tag Manager? Dafür erstelle ich eine Variable. Ich gehe auf Variablen und jetzt konfiguriere ich die nicht, sondern erstelle die neu. Also klicke ich hier drauf, gehe dann hier drauf und sage Cookie abrufen oder man könnte das auch Cookie-Variable nennen, CV oder so, Cookie-Variable. Und dann nenne ich diese Variable zum Beispiel Internal Traffic. So, gehe hier drauf und hier gehe ich natürlich runter und sage, ich möchte ein Cookie abrufen. Cookie muss ich jetzt suchen hier, First-Party-Cookie. Das ist ein First-Party-Cookie. Und zwar sehe ich das daran, dass der hier an der Website selber hinterlegt ist und nicht an einer anderen Domain. Das heißt, First-Party-Cookies sind mit dieser Domain verknüpft und sind somit datenschutzrechtlich auch eigentlich nicht verwerflicht. Sendet nirgends Daten hin, speichert eben nur Einstellungen für diese Website hier. Und Datenschutz, habe ich auch hoffentlich in der Einleitung erwähnt, ist hier auch völlig irrelevant, weil es ja für Mitarbeiter wirksam ist und damit ja auch sagt, es soll weniger getrackt werden und nicht mehr. Das heißt, es gibt drei Gründe, warum das hier eigentlich nicht so wichtig ist, der Datenschutz. So, dann haben wir hier Cookie-Name. Und das muss jetzt exakt der Name sein, den ich natürlich vorhin gewählt habe. Wir können es nochmal ausprobieren hier. Ich habe hier Traffic-Type, hier sehe ich es. Traffic-Type ist das natürlich auch der Cookie-Name, ne? Traffic-Type. So, dann gehe ich auf Speichern. Das Gute ist, wenn ich diese Variable jetzt verwende, also dieses Cookie, dann bekomme ich diesen Wert natürlich zurück. Also überall, wo ich die Variable einsetze, bekomme ich hier Internal oder ich bekomme keinen Wert. Dann wird es halt einfach auf falsch gesetzt, also auf False und es ist kein Wert da. Ich glaube, es ist mehr Undefined und Undefined wird dann eben einfach ignoriert. Genau, nicht False, sondern Undefined müsste es dann sein. Und Undefined setzt dann eben den Traffic nicht auf Internal. Und das nutzen wir jetzt auch und das ist jetzt der nächste Schritt. Wir brauchen eine Suchtabelle. Eine Suchtabelle erstelle ich hier auch unter Variablen und zwar hier unter Neu. So, das ist jetzt eine Suchtabelle, deswegen schreibe ich das mal vorne hin. Und zwar könnte ich das jetzt Internal Traffic vs. Developer nennen, denn der Developer möchte trotzdem getrackt werden, obwohl er vielleicht schon als interner Traffic definiert wurde. So, jetzt wähle ich hier Variable konfigurieren und wähle hier unten Suchtabelle. Zack, hier habe ich es. Und jetzt kann ich sagen, dass ich erstmal abrufen möchte, ist das hier ein Debug Mode, der hier aktiv ist. Hier habe ich die interne Variable Debug Mode. Ja, also, Debug Mode habe ich und ich gehe mal kurz auf Speichern und wir gucken mal, ob ich diese interne Variable hier auch unter Konfigurieren hinzufügen muss. Debug. Ich suche mal hier nach Debug. Debug Mode, genau. Das muss auch aktiviert sein, damit ich das wählen kann. Also, ganz wichtig, hier auf Konfigurieren gehen, Debug Mode hinzufügen. Dann kannst du das in deiner Variable, also in dem Moment in der Suchtabelle wählen. Hier, den bearbeite ich jetzt nochmal. Das bedeutet, ich gehe hier drauf und hier rufe ich jetzt Debug Mode ab, den ich mir hinzugefügt habe und sage, hier Zeile hinzufügen, wenn der Debug Mode True zurückgibt. Also, wenn der auf Ja gesetzt ist, dann will ich als Developer definiert werden. Das bedeutet, dann gibt diese Suchtabelle Developer zurück. Wenn das Ja ist, gibt es Developers. Und erst, wenn das nicht der Fall ist, dann wird erst gecheckt, ob dieses Cookie gesetzt ist. So, also Cookie Internal User, ne? Ich glaube, ich habe es CV genannt in diesem Video. Das war ja eben von einem Test vorher von diesem Video. Also hier CV Internal Traffic. Das ist das First Party Cookie. Jetzt wird gecheckt, ob es gesetzt ist. Wenn das nicht gesetzt ist, wird Non zurückgegeben. Das bedeutet, wenn kein Debug Mode an ist, wird das hier gemacht. Und wenn das hier nicht auf irgendeinen Wert gesetzt ist, also nicht auf Internal, dann wird ja auch hier kein Wert zurückgegeben. Das heißt, es wird hier dann kein Traffic Filter gesetzt. Ja? Das ist dann sozusagen hier die letzte Instanz, die nochmal guckt. Ist dieser interne Traffic aktiv? Wenn nicht, dann ist das natürlich ein ganz normaler Besucher und wird natürlich getrackt. Also das ist diese Logik hier hinter. Wenn du es nicht verstanden hast, einfach nochmal eine Minute zurückgehen und sich nochmal anhören. Ich weiß, wenn man sich so ein Video, wenn ich mir das später angucke, muss ich mich da auch richtig nochmal reinfuchsen, um die Logik hier nachzuvollziehen. Dann gehe ich hier auf Speichern. Jetzt kann ich das benutzen, diese Variable, also diese Suchtabellen-Variable. Und zwar hier in meinem Datenstream. Und alles andere, das ich auf internen Traffic setzen möchte. Da reicht der Datenstream in der Regel aus, dass ich hier auf Feldname gehe, festzulegende Felder auf Zeile hinzufügen. Und dann trage ich hier den Parameter ein. Ich erinnere ganz kurz, das muss hier der interne Traffic-Parameter sein. Nicht für den Debug-Mode, sondern für den Traffic-Type. Also dieser Parameter, den will ich jetzt übergeben. Und da übergebe ich jetzt natürlich nicht hier Internal einfach als Wert. Dann wäre ja jeder auf einmal Internal Traffic. Also jeder, der hier drauf geht. Nein, ich benutze jetzt meine Suchtabelle, die ja entweder zurückgibt Developer. Dann würde hier Developer stehen. Aber auch das kann ich, wie gesagt, nicht so eintragen. Das muss über die Suchtabelle eingetragen werden, damit der Traffic-Type Developer ist. Was bedeutet, er ist nicht Internal? Ja, also das ist das Wichtigste eigentlich, dass er nicht Internal ist, weil sonst sehe ich auch den Developer-Traffic nicht. Also ich benutze diese Suchtabelle, die entweder Developer reinschreibt oder aus dem Cookie eben diesen Wert bekommt, den Cookie-Wert, der entweder Internal ist oder eben kein Wert. Dann wäre das Ganze undefined und wenn hier undefined steht, dann ist der Traffic-Type eben auch wieder nicht Internal und es wird getrackt. Einfach nochmal zurückspulen kurz, wenn die Stelle hier nicht ganz klar ist. Also ich wähle meine Suchtabelle. Dafür habe ich die ja extra Suchtabelle genannt. Zack, nehme die, gehe auf Speichern. Und das reicht in der Regel auch, um den Datenstream nicht so in Gang zu bringen. Man könnte jetzt auch sagen, dass man einige Ereignisse nicht tracken will für Internal Traffic. Dafür würde ich es nicht beim Datenstream hinterlegen, sondern eben nur bei einem bestimmten Datenstream würde ich dann sagen, dass das eben Internal Traffic sein soll bei einem bestimmten Ereignis. Das habe ich jetzt noch nicht so intensiv getestet, weil die meisten wollen einfach, dass der Datenstream dann nicht geladen wird und gar nicht benutzt werden kann. Und wenn das auf Internal Traffic ist, dann gilt das natürlich auch für alle Ereignisse, die dann durch diese Session oder diesen User eben gesendet werden in dem Moment. Das bedeutet, es reicht, das hier zu hinterlegen. Und das ist eigentlich auch schon alles und das testen wir jetzt auch nochmal. Dafür gehen wir nochmal auf den Vorschau ansehen, bevor wir das hier gleich final senden. Und die wichtigste Kombination ist natürlich, dass ich jetzt gerade auf dieser Seite bin. So, zack. Und dieses Cookie jetzt gerade gesetzt habe. Das Setzen haben wir schon getestet. Ich gehe jetzt mal weiter hier auf Katzenspielzeug, irgendeine Unterseite. So, und sehe, das ist hier gesetzt. Und das Wichtigste ist jetzt, dass trotz des hier Internal steht, ich ja den Debug Mode anhabe. Das heißt, wenn der auf True ist, dann sollte das ja ziemlich egal sein. Und dann will ich auch unbedingt mich selber hier, wenn ich hier im Analytics auf Debug View gehe, hier sollte ich jetzt meinen Seitenaufruf haben. Und das habe ich ja auch. Das funktioniert. Guck mal hier, Page View. Wenn ich hier auf Location gehe, dann bin ich hier auf Katzenspielzeug. Also funktioniert. Alles cool. Geht. Und das würde nicht funktionieren, wenn ich hier einfach hier drüben im Datenstream, wenn ich hier einfach Traffic type und dann den Cookie abrufe, dann würde das nicht funktionieren. Weil dann würde ja völlig ignoriert werden, dass ich Developer bin. Ja, und dann würde der Traffic type direkt auf Internal gesetzt werden und ich sehe mich nicht mehr hier drin. Es kann sein, dass Analytics das irgendwann fixt. Ist ja toll. Trotzdem wird dann dieser Weg hier und das ist das Gute auch weiterhin funktionieren. Das heißt, selbst wenn Analytics das irgendwann fixt und ich als Developer mich selber immer sehe, dann wird diese Suchtabelle keinen Schaden verursachen. Das wird dann immer noch so funktionieren. Also das ist halt ganz gut. So, um jetzt zu testen, wenn ich hier mein Cookie drin habe und nicht die Vorschau aktiv habe, um das zu testen, ob das funktioniert, das kann ich natürlich schwer jetzt über die Vorschau machen, weil genau dafür mache ich sie ja aus. Aber damit das funktioniert überhaupt, muss ich jetzt am Ende natürlich, wenn du alles eingerichtet hast, auf Veröffentlichen gehen. Und dann muss ich wirklich hier vertrauen, dass das so funktioniert. Also wenn ich hier also nicht teste, muss ich trotzdem auf diesen Link gehen. Erstmal, also hier in dem Fall auf Internal Traffic und in dem Fall können wir jetzt auch nochmal testen, ob das mit einem Abfrageparameter geht. Dafür gehe ich erstmal auf irgendeine Seite, gehe auf Untersuchen, gehe auf App und dann gebe ich mal hier intern ein. Erstmal lösche ich den. Zack. Und dann könnte ich auch nochmal ausprobieren, ob das mit einem Fragezeichen Internal minus Traffic geht. Zack. Und dann sehe ich, auch dann wird er gesetzt. Also Hauptsache es ist in der URL, ich muss gar nicht auf diese Mitarbeiterseite gehen. Das wäre also auch eine Sache, die man testen könnte. Das heißt, eben hat das Tag gefeuert, das sehe ich zwar jetzt nicht in der Vorschau, aber das muss ja gefeuert sein. Das würde dieses Cookie nicht gesetzt werden. Das heißt, man hätte es auch so an die URL hier dranhängen können, einfach mit einem Fragezeichen. Man kann aber auch das weglassen, wie gesagt, und dann hier eine schöne Nachricht rausbringen lassen. Sowas wie, du bist jetzt Mitarbeiter, bitte in einem Jahr wieder draufgehen. Hier kannst du dir einen Termin zum Kalender hinzufügen. Irgendwie sowas. Auch eine gute Idee, ne? So, also das funktioniert. Der hier wird gesetzt, egal wo ich das irgendwie in die URL reintue. Und jetzt müsste ich ab dem Punkt, wo ich jetzt hier zum Beispiel mal auf Jobs gehe, dürfte ich das nicht in meinen Berichten sehen. Wenn du jetzt ganz kurz hier in Echtzeitberichte reingehst, da ist es natürlich schwierig, weil Analytics braucht ja immer so eine Weile. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich hier trotzdem auf Jobs angezeigt werde. Ist aber jetzt hier nicht der Fall. Also hier sehe ich jetzt, Jobs wird gerade nicht angezeigt, dass da jemand drauf ist. Aber das ist natürlich jetzt eine doofe Art von Testing, weil da wird ja auch nicht immer alles angezeigt. Also das ist ein bisschen doof. Ich sehe hier auch Ereignisse, wo ich dann gucken könnte, dass ich auf Jobs zum Beispiel ein Ereignis ausführe. Aber ich gehe mal hier auf Page View und dann sehe ich hier GR Session IDs. Damit könnte ich es auch testen ganz gut, also nur um dir mal so ein paar Ideen zu geben. So, also Page Title zum Beispiel sehe ich hier alle. Dann sehe ich hier, Jobs ist da definitiv nicht mit dabei. Wenn ich jetzt allerdings und das ist jetzt vielleicht, reichte das als Testing Idee, dass ich das Cookie einfach nochmal lösche, wenn ich jetzt auf Jobs bin und jetzt aktualisiere. Da sollte man schon ein paar Minuten warten. Nicht, dass es einfach daran liegt, dass man nicht lange genug gewartet hat. Und jetzt müsste eigentlich die GA4 Connection wieder hergestellt werden. Und jetzt müsste ich hier auch an den Echtzeitberichten getrackt werden. So, wie gesagt, es dauert immer ein bisschen. Zack, siehst du? Jobs. Jetzt tauche ich hier auf. Also wenn ich das Cookie wegnehme, dann wird es angezeigt. Das heißt, wir haben beide Sachen getestet. Einmal ohne Developer Mode funktioniert es, wenn ich auf der Seite war, dass ich als Mitarbeiter nicht getrackt werde. Und zweitens, trotz dass ich auf Internal war, sehe ich mich dann hier unter Verwaltung in diesem Debug-Mode, was ja nur wichtig für Developer ist. Weil wenn der Developer oder die Developerin vorher auf dieser Mitarbeiterseite war, kann sie oder er nicht mehr entwickeln. Und das ist natürlich Bullshit. Deswegen auch dieses Video. Das war der Kern dieses Videos. Ich freue mich mal, wenn du auch vorbeikommst auf unserer Premium-Mitgliedschaft. Da kannst du wirklich in unseren Livestreams Fragen stellen zum Thema Tracking, zum Thema Google Ads und so weiter. Das ist ja unser Hauptgebiet Google Ads. Außerdem hast du dort einige Kurse auch zum Thema Tracking. Wenn du zum Beispiel die Kurse mal sehen willst, hier auf kurse.websitepiloten.de. Hier siehst du zum Beispiel auch unseren Google Analytics 4 Komplettkurs. Da haben wir so viele Videos. Das sind über 25 Stunden Videomaterial. Zu jeder Metrik, zu jeder Dimension haben wir Videos. Und wir haben ja auch das Video, das ich in einer Einleitung angesprochen habe, hier zum Thema Internetzugriffe filtern. Da bekommst du auch schon mal so einen Einblick, wie man das noch machen könnte. Ist jetzt vielleicht für dich, wenn du das hier geschafft hast, nicht das interessanteste Video. Aber die anderen Videos hier sind auf jeden Fall für alle, die regelmäßig mit Tracking arbeiten, Gold wert. Wenn du sagst, von Tracking habe ich jetzt die Nase voll, was ich persönlich verstehen kann, dann ist sicherlich aber auch noch der Suchnetzwerk, der Shoppingkurs. Die sind alle neu. Siehst du hier von 2023. sind dann auf jeden Fall die richtige Wahl für dich. Und in unseren Livestreams können wir uns auch über Facebook-Ads und so weiter austauschen. Also in den Livestreams machen wir mehr, als wir momentan Kurse haben. Die Kurse zu unseren Facebook-Ads, WordPress-Kurse und so, die sind bei uns nicht mehr so aktuell. Aber in den Livestreams kannst du alle deine Fragen loswerden zum Thema Online-Marketing. Gar kein Thema. Ich freue mich da auf dich. Bis dann, dein Malte. Bis dann, dein Malte.